hallo herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge league of legends und zwar season 9 und zwar in der flex q ja das ich lasse mich doch jetzt erzählen mit dem marcel der auch dabei ist genau hallo guten tag wir spielen botlane wain rakan gegen pristana und fresh ich mache als erstes die q hoch weil ich yolo bin genau mal gucken dass ich das erste rank für mich diese season für marcel ist das erste rank dieses jahr auch nicht schlecht finde ich ist richtig du hast nur ein ich hab den da ich hab nur ein ich hab den da hab den da der ist geil ich hab den da ich hab den hier ja den hier ich habe auch noch den da guck und den habe ich auch noch den also den mache ich wenn du irgendwas verkackst ich mach den wenn du etwas verkackst und weißt du was und weißt du was ich mache mir verlieren da mache ich den was machst du dann was ich bin excited was machst du da ist da passt am besten finde ich ja ich finde auch das passt gut komme ringer helfen finde ich gut ich finde auch schön jetzt kinder hast danke reicht das kriegt ein ja kommt ein so was ich bin gespannt ob du noch die lolle ob du noch lol spielen kannst ich habe mich verkauft ich bin ein ja ich habe mich verkauft na geil super was macht die jetzt eigentlich hier wenn ich ich habe mich verkauft ja egal dann haben wir irgendwann mal nicht so scheiße das ist wenn man unkonzentriert ist und wenn man aufnimmt das ist ja klar wenn man aufnimmt passiert sowas naja nur der ist eigentlich kommt zu mir 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 gehielt ja chill doch ich muss doch gucken wer der hockt oder hör doch auf die auto zu attacken mein mein gott warum krieg ich die nicht das ist ein alter ich bin ein rage junge so danke das ist auch level 2 der juno typ ja auf karsch er bewegt sich zumindest nicht jetzt bewegt er sich wieder werden geht ja nicht haben wir haben zeit wir haben zeit wieso kriege ich ihn die nicht was ist das mit bullshit das war gerade richtig ist scheiß nur bitte muss ich jetzt ehrlich mal sagen ist das super wir standen da und geaudit geaudit mein gott wir haben auto attackt geaudit ich bin auch so ein richtig guter deutscher oh ich bin tot er hat mein doch ich bin tot ich bin tot mein gott nicht wie auch immer ich nicht tot bin bitte lass dich nicht auf mich springen muss ich noch mal richtig kaufen so jetzt kann man loslegen was er jetzt haben das richtige gekauft ähm ja so sieht's gut aus ja ein holpriger start das ist auch das ist doch gar nix das ist ein holpriger start ich lieg alter mann ich hasse das schon wieder alter warum lass ich mich denn da hucken warum bin ich so scheiße warum kann ich nicht last hitten ich hab dich ja doch dassel ich kassel diese ruhe dank dass du die auge entakzt man du hast doch weg ich war gerade da du wohnkind das ist doch gar nichts oder oder so also ich würde da nicht in geld schon diesen 4 wenn der will 3 herrenge was willst du vor level 4 alter du bist so raus was why der ist auch geil man sieht dich nicht ne 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 er ist unsichtbar du bist keine Evelyn nicht ganz oder auch das auch keine dinger mein gott was mach ich eigentlich für'n scheiß ja der Lee ist halt early game und der Rengar halt nicht wir sind noch im late game so ein bisschen mit Nessus ja jetzt gehen wir rein ja jetzt wird er sterben oder was ne das ist gut ich krieg kein assist oh nice ich hab den kill bekommen ja nö scheiße nö alter kannst du mal auffällen dir mit der auto zu entdecken ich raste aus junge kill mal du kriegst auch deine last hits optimal läuft es immer noch nicht weniger farm jetzt chill doch einfach mal ja ich sag du nur wie es läuft amonakoy wer darfst du auto decken machst du nicht danke will ich auch nicht mehr ja hier kannst du mir helfen aber ja ist ok bin nur 7 farm hinten ja überschaubar also der Lee kämmt mitte ist auch nicht schlecht geht's denn die ist bestimmt weg Achtung die star nicht hooken lassen nicht hooken lassen ich bin ja komm doch her 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 ein stück stück danke du bist schon level 6 geil du willst ruhig ulti zünden können und sie oh alter Lee ist da das war mal in Alter das war mal in gang du ist auch da WTF komm weg 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 dass ich nicht Tower Difen doch die können uns Tower Difen sowas machen wir nehmen uns den Tower ja die nehmen uns den Tower komm schon mal da können wir nichts machen und jetzt nehmen sie den ähhhhhh ding Den Drachen Kann man nichts machen Wir haben Early Game, wir haben Late Game Wir müssen einfach nur irgendwie durchkommen Müsst du mal hier warten bitte Die machen den Drachen nicht Die machen den Drachen nicht Die sind Midlane Wtf Ja dann warte, geh du Midlane Ich bleib hier Geh einfach mit Lend-Dev, du hast hier Ulti und W und alles Warte Dann pushe ich Einfach mit Lend gehen Toll Na geil Achtung, der ist fresh hinter dir Jogis Jungs Marcel, du bist jetzt getaunt Alter geiles erstes Rank man Richtig Spaß macht das Komm schon Der stirb, stirb doch Ja We gebru�ir Und Interaktion Wie funktioniert das? ves Ich bin Ja Hein Jungs Klop KАF Schat Wieola W W jetzt machen sie doch oh mein Gott ist das für ein Game, ich stehe 0 0 0 D2 1 0 das schon zwei Kills ja einen den hier und einen in der Mittellane ist das eigentlich verrückt das ist doch nicht für alle, stimmt, du stehst 2 1, na super mal gucken also gegen die Fighten schwierig würde ich mal sagen aber nicht wir sind late, wir sind late ich sag so öfter, wir sind late oh lol der macht die tot ja, der wird gegangt und killt die und killt den auch nicht schlecht, denn er ist es in der Ringer aber der Degen ist ja, Midlane ist halt gefeedet, ja, das ist schon klar könnten die Fighten, also ich hab keine Zeit, ich hab noch keine Ulti, wieso waren ja, dann musst du auf die Ulti warten 50 Sekunden ja, das hätte schon gern ah, geh direkt ist doch egal, Junge was, ey, geh mal bitte vor, bitte mach ne fucking W da rein, danke nein nein nice nice, Marcel, so macht man das, Mann alter, Marcel, easy game aber wir können die Fighten, ja so macht man das nice, 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 dude nice, äh wir werden mal raus pushen, bitte warte ja, danke was maxst du eigentlich als erstes äh, äh, ich hab jetzt, ich hab jetzt ziemlich gleichwertig verteilt erstmal äh, mach die W als erstes hoch und dann die Q willst du mal hier woran, bitte äh, 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 äh äh, äh, äh. hilf mir, hilf mir Oh Marcel, easy Easy game, Junge Easy game Mein Gott, wir sind die Wir sind einfach Gott, Junge Einfach Gott, Alter Die haben Yes Marcel So geht es ab, Alter Weißt es, finde ich einfach nur so Finde ich, finde ich geil, finde ich richtig geil Ich hab den gar nicht mehr Oh Marcel, das läuft Das läuft überragend Läuft das Was sag ich mal, holen Befreiungsschlag, Ritterschwur Was will der Rauchschwenker Äh, hol dir Wie heißt das auf Deutsch, ich hab keine Ahnung Ja, wie sieht es aus? Dieses Redemption, ich weiß nicht was das heißt Wie sieht es aus? Das ist dieses graue Dingsbumster Befreiungsschlag Heißt das Befreiungsschlag Ja, kauf's dir einfach Ja, ja Versteht Und dann Aden Sensor, ok? Äh, Aden Sensor, ja Ja, wow Ne, was will er jetzt hier? Wie willst du da rein? Ja, was will er jetzt hier? Hä, rein, da, 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 da ist das, 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 da ist das Ding love nun Fremdorfer wer schon lebt finden wir er hat aber dann hat er gekriegt vor allem Render ist halt wie es wird mit dem Bild und um den Mann als der Weger ist er echt und das machte KTN da ist der Dämonis da rein Können wir machen, können wir rein, komm Schön, oh, Flash raus, ist okay, 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 weg, weg, weg Wenn wir Flash bekommen, alles gut, der Renekton kommt runter Hallo Na super Der Renekton kommt nicht runter Alter, du bist auch so richtig blind Noob, jawohl Ist doch wahr Was, das Nein, 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 nein Oh mein Gott Oh mein Gott, Marcel, komm einfach Oh Marcel What the fuck, Junge Was ist los, ja Nein, er töte mich Ja, okay, das war scheiße, aber alter Marcel Marcel, du bist ein Gott, Junge Renga Shut the fuck up Easy, Alter Ist halt so leicht, das Junge hier Ja, dann mach den Track Marcel, so geht das ab, alter, so können wir das Carrying, Mann 411 vein Easy Easy Gut, der Vega One-shotet mich halt Gut, die machen keinen Ne, die nehmen mit, Turrell ist auch okay Wir haben nicht noch keinen Turrell, wir versuchen jetzt mal hier unseren Turrell zu kriegen Geht jetzt aber nicht, geht da weg, Junge Nein, ich bin schon scheiße, Alter Egal Ich mach mal hier nen Vault rein, mach du bitte da n Vault rein Wuii Alter, die wollen uns, oder wie ist das Gefühl Aber die kriegen uns nicht Und wir sie anal penetrieren Was macht der Oh, okay, dann Oh, ist auch fail Oh, scheiße Ja, ja... Ich hab' kein Problem, wir haben den Und die machen mit leden können Pressure Oh, lol Okay, geil Ja So, so, was machst du? Also, wir, Tower-Ducket, okay Hast du, wenn du... Ich hab kein Ruhl, aber ich hab ... könnte mit Wären wenn, wenn er da bleibt Na ja ist okay ist okay weg 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 ich du trinkst tp schnell hilfe ich kann nicht weg 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 finden wir die ding ist hinten dran könnten wir trotz dass keine undige da kommen nämlich noch die rennen 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 ok wir sind tot ja das ist unglaublich diesen ja das ist gut dass du rauskommst den tower werden sie auch bekommen aber die machen alle bei uns und was macht unser team nichts was soll ich jetzt holen hol dir das mein gott wie heißt es ich weiß es nicht kaufst du doch einfach was empfohlen ist ich habe keine ahnung was das auf deutsch heißt ritter schwur oder was wäre das schon nicht obwohl der schritt klienter rauchschwenker jahre die das leute was sie machen die machen den und wir kennen das scheiß verfickte game ja unser team macht nichts daraus die machen wenn da hört doch einfach auf warum was wollt ihr eigentlich von mir ich bin ne fucking wenn ich gehe doch da ganz sicher nicht rein das leide das leide er kommt ah da war youtube ff jahre ja ich bin du wie er die ein ein geile jungen er genauer diese ele wollte ich reiten und das ist richtig spaß was er wort na ob die drüben und der wir machen Bär, wir gehen mal da rum, oder? Wir gehen drunter. Ich glaube, ich brüfe QSS, ja, QSS wird nicht in diesem Ding. Na komm, nimm dir mein Fahrrisch, okay. Na, mal Mitte, 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 komm, 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 Mitte, Mitte. Heute steht 7-4, na, nicht schlecht. Trotzdem bist du echt sicher, weil es notvoll sind, ja. Ja, wir sind definitiv nur. Wenn du nicht mehr als 20 Kills hast, ist es aber nur. Ja. Es ist aber so. Ja, jetzt ist es nur da 1 gegen 3. Wir sollten da reingehen. Ja, und, aber die, die macht's. ALTER! Hilfe! Lass, ich komm zu... Okay, da kann ich jetzt leider... Hilfe, ich helf dir, ich, ich, irgendwie, 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 nein, nein, nein! Oh, shit, jawohl Marcel, nicer shit. Was soll ich machen? Ja, die können da verhalten, wir machen mal mitlein' hier, weiter. Wir können Barron, komm, wir machen. Barron, mein Gott. Hier, Drake. Brake, okay. Marcel, das war nice, Junge. Na ja, der Renga soll... Lass den Renga doch einfach sein. Nein. Fink einfach für mich, dass es passt. Ja, cool. Die müssen ein Stück zu mir kommen, die müssen ein Stück zu mir kommen. Und dann wirst du geheilt. Fuck. Alles klar. Ich glaub, ich geh mal weg. Ideen. Das gibt über dich, ja, wirklich Sinn. Nicht egal. Ich weiß nicht so. Ja스� pounds. Ich kriege emotions. Hier black ich euch alles miteinander. Ich küsse. Die muss die Braten aus. Ich ja nicht về unseren Riker. Klurik. Du hast den bis zuma Lun pod. Uwe. Nein, wir niemals zusammen sind. fistel. Ich auf die trоту. Das Este, ich denke. Ich gehe jetzt nicht mehr. Mit lieber. Über. Auch nach mir. Du hast ihn mir vor Nummer. ich weiß nicht was der da will aber hammer den haben wir auch noch was er wir sind in the game Junge ja hab ich Töte Töte die ah schade würde sie wehen müssen oder wäre sie wahrscheinlich schon rausgeflasht ja komm wir gehen wir gehen weg kann doch nichts machen aber nice Marcel ich geh nochmal weg ich hab nämlich ein bisschen Geld ach die wollen oder was hast du Ulti ja wenn du willst ach sorry sorry ja kein Problem dachte ich Stunny vielleicht ist okay deine Ulti hat ja eh kaum ein cooldown comeback du hast bestimmt noch ein bisschen Geld 1 1 ich hab 3 3000 ja ich kann mir trotzdem was kaufen so Boah Scooter läuft jetzt alter Scooter ist perfektes Lied jetzt dass ich nicht müde werde echt was für jetzt ey ey fucking ey oder sowas oder ey heißt es glaube ich nur noch ok also Marcel so sieht das Bild von Vayne aus so läuft es man ja komm top lane top lane ne komm erstmal hier top lane top lane komm schnell Top lane den machen wir glaube ich naja ähm ja komm der geht schon weg einfach einfach genau danke ord das kam aber war bad luck Naja, ja jetzt gehen wir Midlane, 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 Midlane Ja, da gehen wir rein. Was hast du als Ulti? Ja, sechs Sekunden. Ja, easy, 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 bis du da bist. Easy. Rein da. Rein da, rein, 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 rein. Oh, die ist nicht mehr da. Ja, die verschieben sich. Ja, komm, da gehen wir hin, da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Ich komm hin. Ah, ich muss noch rankommen. Ja, ne, komm, wenn du nicht rankommst, dann... Komm hier ran. Loll. Loll, was ist mit der? Ja. Na, shit. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Nein, was mach ich denn? Huh, nein! Dann warst du nicht gestorben. Ah, fuck. Ich hab alles versucht. Schön. Jawohl, Mann! VAYNE IN THE GAME! Vierfachttötung, ja. Ähm. Ich will ja jetzt nicht sagen, aber ich hab Spaß. Scheiß Early Game. Dafür ein geiles... Läuft doch, läuft doch, läuft doch! Ja, wie gesagt, wir haben, wir haben late. Wie gesagt, wie gesagt, wir haben ne fucking... Wir haben ne fucking... Nessus. Wir haben mich, wir haben Vayne. Hallo. Easy. Ja. Das ist zu viel. Zu viel. Zu viel. Zu viel. Zu viel. Komme! Alter Marcel, ich hab Herzrasen, ich find das so geil grad. Nächster Track ist ein Odin, den müssen wir haben. Ja. Was? Minute 17. Okay. Warte, ich mach noch die Rapptoren. Okay, wir def mitleihen. Ich hab sechs Sekunden wieder ulti. Wie lange hast du ulti? Das ist wieder ulti. Ja, ulti. Also wir def jetzt hier. Mitleihen. Kannst du mal hier... Worte bitte? Da, mach den weg. Ja. Bau einfach ein bisschen Vision auf bitte, okay? Wenn der hier... Worte mal hier bitte. Die sind oben auf der... Nee. Da da rein. Nee, 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 nee. Nicht da rein. Nicht da rein. Okay, doch. Doch, jetzt rein. Nee, nee, wir sind... Wir sind nur zu dritt. Wir sind zu drei gegen... Wir sind drei gegen fünf. Keine gute Idee. Nicht? Nee, das ist keine gute Idee. Drei gegen fünf. Selbst wenn ich gefeatet bin, ist das... Was machst du mal? Ja, warum drei... Ja, mein Gott. Wir können höchstens steffen. Die machen Baron, glaube ich, Marcel. Nee. Nee, machen keinen. Die machen keinen Baron. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Bleib hier, bleib hier. Ja, doch, die machen... Die machen Baron, die machen Baron. Und der Wecker ist hier drin. Der Wecker ist hier drin. Da, guck. Der... Ah, nee, der ist nicht drin. Da gehen wir rein. Da gehen wir rein. Ulti, Ulti W bitte. Ich bin ne Ulti W sehen, okay? Ja, gut, wir gestunt. Ja, alles klar. Ah, ich hab alle! Der Wecker, ja. Ja, du hast alle, sorry. Aber ich war gestunt, da kann ich nichts machen. Wenn ich reingekommen wäre, vielleicht, aber... So ist schwierig. Team... Ja, Team ist... Ha, das war... Scheiße, wir haben was... Weigo... Ja, wir haben's versucht, du Hurenkind. Mein Gott. Guck mal... Was macht der? Äh... Ah... Was macht der? Ist es ein 3 vs. 3? Ich wusste gar nicht. Was? Weigo und Nashor? 2 vs. 5 vs. Vaigar. Ah, Vaigar spielt alleine. Ja! 2 vs. 5 gegen Vaigar. Und gegen... Äh... Kann es schon sein, dass wir den machen, ne? Lauf du... Ich will den nicht vorlaufen. Mann, ne... Ich bin schon wieder im Scheiß-Fick-Ding, ey. Hab Ulti. Ich könnte... Wenn die machen... Weiß nicht... Ne, die machen nicht, aber... Den, 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 den mach ich. Oh, sorry. Wollen wir? Äh... Der Flash kommt. Marcel? Ah, du bist nicht da. Der Flash? Oben, oben. Doch, ich bin da. Ja, oben. Ja, oben ist bestimmt. Oben kommt's. Nein, wir machen... Weg, weg, weg. Oder Ulti... Und W... Wenn du den... W... Alles klar, da gehen wir rein. Nee, doch nicht. Auf Vaigar. Okay, da gehen wir raus. Raus, 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 raus. Entschuldigung. Ja, der... Der Ding fängt halt da immer rein. So. Den können wir bekommen. Also... Die zwei können wir bekommen. Die zwei können wir noch bekommen. Nein, renn. Renn, renn, renn. Das sind drei. Renn einfach. Ja, jetzt haben... Den Tower könnten wir sie auf jeden Fall schalten. Nein, wir können die nicht fighten. Wir können die nicht fighten. Alles klar, komm. Wenn die... Wenn die Armeenabs sind, rein. Geh rein, bitte. Bitte, weh. Ja, genau. So seh ich dich. Ich wurde schon wieder gestunt, ey. Ja, ich bin tot. Wir können die nicht fighten. Oh Mann, ey. Was ist los für unser Scheißteam, ey? Du bist halt in die... In das... In das Flay von Ding rein. Und dann in die W. Unser Team gammelt hier oben noch rum und macht gar nix. Mann, ey. Ja. Super. Wir verlieren das, weil wir nicht zusammenarbeiten als Team. Das ist das Problem. Unser Team Scheiße. Alter, was? Warum? Warum? Du hast sie gekillt. Wir verlieren dann ein Turret. Wir finden... Oh mein Gott. So, ich hab jetzt QSS. Sollte mir noch mal ein bissl... Noch ein bissl helfen. Ich brauch halt... Ich brauch halt AD. Das ist der Punkt. So, jetzt einfach defen. Warten, bis die kommen. Ich kann noch mal schön farmen. Ist nicht so, als hätte ich schon 205 farm. Nein, noch kein Ding. Red Buff ist nicht ab. Wurzst du mal bitte hier einfach unten aus. Da zum Beispiel. Einfach, dass wir wünschen haben. Okay. Ja genau. Einfach so ein bissl wischen, dass wir das aufbauen können. Alles klar. Dann geht's. Kannst wieder zu mir kommen. Da kommen die. Die kommen die. Die machen wir. Die sind so twice. Alles klar. Wenn du auf den... Ich bin schon wieder gestunt, ey. Dieser Scheiß. Ich kann nichts. Der Vega one-shottet mich. Ich kann... Hör auf, bitte mit sagen. Wir machen die. Wir können die nicht machen. Wir können die nicht machen. Ja, wir sind jetzt zu viert wieder. Zu fünft waren. Zu viert waren wir. Wir verlieren den Top-Turret. Ich kann... Der Vega... Der Vega fickt mich total. Ich kann gegen den Vega nicht spielen. Nicht fighten. Du musst unbedingt diesen Vega ulten und wehen. Ja, wenn er mich aber stun, kann ich nichts machen. Dann bist du tot. Aber eben. Ich muss schon aufpassen. Also die beiden Jungler sind nicht so geil auf Drakes, hab ich so das Gefühl. Nee, irgendwie nicht. Wir könnten ihn machen. Nein. Ach. Das ist doch alles kacke, ey. Das ist zwischenzeitlich echt mal gut aus. Ja, aber jetzt sieht es wieder nicht so gut aus, weil... Guck mal, wir haben viel mehr Täters die hier. Ja, das bringt uns auch nichts. Wir haben es weggeworfen in dem, die... in dem... Wir müssen mittelein bleiben. Ja. Die haben jetzt die Tursana gekriegt. Ja. Ähm, hier, der... Der Ding, der Ding, der Ding, der Renekton. Der Renekton. Der Renekton. Pass auf. Oh, Marcel, das ist nicht... Aber... Ah, nee, ich komm nicht drauf klar auf dieses Scheiß. Warte, jetzt aber rauf. Drauf, 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 drauf. Da können wir rein. Nee, nee, nee. Doch! Rein da jetzt! Da können wir rein. Da können wir rein, sowas von. Ja, Marcel! Da können wir rein! Jetzt hab ich doch gespürt, man. Wir müssen back. Na ja, da gehen wir rein, Junge. Wir müssen back, einer muss back. Ja, einer geht doch back. Der Depeat, der Depeat. Egal, egal, der Ding, der will dem kommen. Na ja, dem kommen. Perfekt, er dem kommen. Perfekt, er dem kommen. Dann verpasst du. Easy. Ähm, die Zestana lebt nur noch. Wir haben keine Minions, das ist das Problem. Back, 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 back. Wir können den Track machen, komm, Marcel. Was helft, Track? Das war super. Genau solche Fights brauchen wir. Ja. noch mehr berlin können wir nicht machen ich mache jetzt mittlerweile ein bisschen der menschlich sagt du musst einfach alles auf mich draufhauen ok kauft ihr noch du hast kein platz du kannst doch der sehenden stein ausbauen ich glaube ja in welchen was soll ich das ausbauen wie meinst du es auge der oase auge der sonnenwinde auge der sonnenwinde ja weil du das du kannst das verkauft das supporter item ist ja die haben gemacht weil unser scheiß unsere kammer was soll ich mir noch kaufen ich bin ich da maxi nein ich habe sie nicht auto attack ja mein wert sorry 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 ja geht jetzt auch wieder geiler scheiß das war jetzt aber wir verlieren schon wieder bären weil der weil die stadt die reihe kriegen man ich hasse das und ihr macht zu zweit raptor ich helf ihm doch nur so du brauchst du jetzt noch amulett des irgendwas das heißt amulett des irgendwas ich weiß dass du meins genau das kannst du dir noch bitte ja das ist ein vega der 1258 armor äh ap komm komm lass mich an die ran lass mich an die ran wo er das bden wird wer aber westlich scherbe joptes los muss ich bin unterwegs getötet ich bin unterwegs aber ich bin langsam und er hat ihn auch oder nicht amulett des eisern solar solaris genau so solaris heißt es solare jaja mal ein spannendes spiel für das erste ey, leck mich am Arsch ja, so spannend wollte ich es eh nicht machen die hat weniger items als ich ne, hat sie gar nicht also jetzt, ooooh gut, das brauche ich eigentlich nicht achso, musst du ja, du bist nicht da nein, ich bin nicht da, das ist ja, verpiss dich da einfach, ja ich hab's gekonnt ausgewichen ich hab's weg gestoßen ich hab's weg gestoßen nice ja, was können wir machen einfach def ich hab's weg stay by my side please thank you wenn du den, den Weger einfach nur alles klar ja ja alles klar, komm end komm irgendjemand muss hänken nee, wir haben doch Minions ja dann ja, die sind jetzt als Ding Minions ja, die ja das ist aber komm alle der Weger ist noch genau 35 Sekunden tot ja, guck mal, der Ding macht's fertig nice ja, Junge Niiice ha, Scheiss ggwp jungs geil, Junge ich hoffe es hat euch gefallen Das erste Ranked in diesem Jahr. Es ist ein Ranked-Spiel 2018 in der ersten neunten Season. Dann sag ich tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.